hallo leute und willkommen zu einer runde quick survival games auf dem map firefly ich glaube das ist eine von den neueren maps die habe ich glaube ich noch nie aufgenommen aber das erste mal ist hoffentlich ja der sieg nein spaß aber ja es ist jetzt schon seit sechs tagen kein kurs von amerikan aber gestern habe ich ein interbuch geladen was ziemlich nice ist danke noch mal an an den intro ersteller ich weiß den namen gerade jetzt nicht so aber danke noch mal ich verlinke ihn noch mal natürlich ich habe ihn nämlich durch wäre um seinen intrick gefunden dann habe ich einfach mal angedrückt und ja gut der macht nice intros habe ich mir gedacht und ja dann ich halt ein nice intro kommt von ihm und danke noch mal er war auch ziemlich schnell fertig nach einem tag glaube ich und ziemlich nice weil ich stelle kurz sicht weiter 4 sonst habe ich nicht darauf 50 fps das ist natürlich ganz blöd dann und ja es beginnt schon fast das ist eine ziemlich kurze runde aber das passt eigentlich eh weil mein internet ist gerade nicht so gut irgendwie keine ahnung wieso aber den will ich mir nein nicht snack okay dann snack komm den hole ich mir jetzt noch was war da los ich hoffe das sieht man nicht so in der aufnahme ja nice dann haben wir wenn jetzt irgendein nachschlauber kommt ich raste aus okay der kommt nicht in 50 kunden nein bitte okay nice nice wir haben 30 pfeile und ja und ich bin nicht mehr so oft f5 modus zu drücken denn einer zu den kommentaren schrieben f5 spammer und so ja es stimmt schon dass ich oft f5 drücke aber es ist so eine angewohnheit dass ich halt immer hinter mich schaue ob ein gegner da ist das werde ich in zukunft ein bisschen lassen in den aufnahmen so leute und ich würde sagen das war's mit dieser kurzen runde quickside games ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen und ihr bewertet es positiv oder negativ ist mir eigentlich egal aber lasst trotzdem eine positive wertung da und ciao